Ich hatte in meinem Leben schon viele dumme Ideen. Diese war aber schon immer da, irgendwo in meinem Hinterkopf. Sie fragen sich bestimmt, was eine junge Schriftstellerin an so einem Ort zu suchen hat. Wollte ich dort wirklich arbeiten, um ein Buch zu schreiben? Oder war das nur ein Vorwand? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.